Herzlich Willkommen im Modul Mental Fit. Heute gebe ich euch unter dem Hashtag Rucksackleeren einen zweiten wertvollen Tipp, Lebensballast abzuwerfen. Dachboden, Keller, Kisten und Schränke sind voll. Du hast den Überblick verloren. Zeit, das Wirrwarr zu entschlüsseln. Kategorien schaffen und Deadlines setzen. Das sind hier die Zauberworte. Die Kategorien können Bücher, Papiere, Elektronik, kleiner oder Erinnerungsstücke lauten. Starte mit einer Kategorie und sammle alles an einem Platz. Hand aufs Herz. Was brauchst du wirklich? Was möchtest du mit in die Zukunft nehmen? Liegen alle Gegenstände einer Kategorie auf einem Platz, wird dir schnell klar, wie viele Sachen du eigentlich besitzt und das Ausmessen fällt gleich viel leichter. Frei nach dem Motto, weniger ist mehr.